Über Medienlernen in Schule und Jugendarbeit Zur Förderung eines selbstbestimmten und sozialverantwortlichen Umgangs mit neuen Medien. Neue Medien spielen in der heutigen Wissensgesellschaft unbestrittenermassen eine wichtige Rolle. Sie sind als Informationsquellen und Kommunikationsmittel sehr bedeutsam geworden. In Österreich besitzen heute gegen 90 Prozent der Haushalte einen Internetzugang. Laut einer Umfrage aus den Jahren 2014 und 2015 nutzen zudem weit über 90 Prozent der 14- bis 29-jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich das Internet regelmässig. Im Durchschnitt sind die jungen Menschen dieses Alters mehr als fünf Stunden pro Tag online, wobei davon beinahe drei Stunden für Kommunikation aufgewendet werden. Vorzugsweise mittels Smartphone und via der Messenger-App WhatsApp. Mit der breiten Zugangsmöglichkeit des Internets sind im Vergleich zu früheren Zeiten ungeahnte Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten entstanden. Die neuen Medien besitzen zum Beispiel große Potenziale im Hinblick auf selbstgesteuertes Lernen, die soziale Vernetzung und den Zugang zu ungefilterten, unabhängigen Informationen aus mehreren Perspektiven. Sie können im Hinblick auf die soziale und politische Teilhabe breiter Bevölkerungskreise und die freie Meinungsbildung einen wichtigen Beitrag leisten. Mit den neuen Medien gehen aber auch Herausforderungen und Gefahren einher, die in dieser Form früher nicht bekannt waren. Die Beispiele häufen sich in jüngster Zeit, wie das Internet und die sozialen Medien missbraucht werden, um andere Menschen öffentlich zu diskreditieren, anzugreifen und zu beschämen. Es ist mit neuen Medien einfacher geworden, intolerante, rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare zur gezielten Diskreditierung von bestimmten Menschen oder Gruppen zu verbreiten. Angesichts der Flut an medialen Informationen und der Zunahme an Fake News und alternativen Fakten besteht zudem die Gefahr der Verunsicherung, Überforderung, Fehlinformation und Manipulation. Digitale Echoräume und Filterblasen erzeugen sich selbstverstärkende, einseitige und unreflektierte Informationskontexte. Auf gesellschaftlicher Ebene stellt dies ein Risiko für Freiheit und Demokratie dar. Auf persönlicher Ebene können damit gravierende Erfahrungen von Beschämung, Angst und Isolation verbunden sein. Die Erfahrung von Intoleranz, persönlicher Diskreditierung und Missbrauch von Informationen im Netz ist heute weit verbreitet. Sie ist auch für viele Jugendliche eine Tatsache. So hat eine Umfrage in Deutschland ergeben, dass mehr als 90 Prozent der 14- bis 24-Jährigen schon Hass im Netz erlebt oder gesehen haben. In einer für Oberösterreich repräsentativen Jugendstudie mit 11- bis 18-Jährigen gaben 29 Prozent an, dass sie schon einmal im Netz beschimpft wurden und Unwahrheiten über sie verbreitet wurden. 19 Prozent berichteten von sexuellen Belästigungen, circa 20 Prozent sahen sich mit dem versuchten oder vollendeten Missbrauch ihrer persönlichen Daten konfrontiert. Angesichts der beschriebenen Chancen und Risiken scheint es ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen und eine dringende pädagogische Aufgabe, junge Menschen auf einen kompetenten, das heißt sachgerechten, selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien vorzubereiten. Nicht ausreichend und zielführend ist es, Jugendliche alleine vor negativen Einflüssen und Erfahrungen bewahren zu wollen. Sie müssen vielmehr lernen, sich bewusst und sozial verantwortlich im Netz zu bewegen. Sie müssen vielmehr lernen, sich bewusst und verantwortlich im Netz zu bewegen.